Ein grobes Cypher Konzert Die die gord mehr In Für eine Priorität! Mining ist eine gute Arbeit für uns. Fertig mit 3.00m! Sehr wichtiges Minerals! Die Nacht ist auf uns! Da kommt der nächste Durchbruch, meine Gühe. Wir werden leider nicht fertig, glaube ich, mit der Runde. Aber die konnten an den Raketen vorbeigeflogen sind. Ach, das ist die Kernreparatur, deswegen war das so einen komischen Sound. Die Starksten sind die Raketen auch nicht, diese Serverabfeuer. Ich fliege gar nicht mehr so tief runter bis da unten hin. Da wird Zeit, dass wir die Minen hier unten wegmachen, die lieber oben setzen. Die Sonne riecht! So. So. Switching gears for a priority dig. Bist da alles schneller gehen. Ops, aber haben wir nur noch zwei Wachen? Mist, ey. Nicht ausbrechen, bitte. Oh Gott, ey. Da haben wir die Kohle. Aber jetzt kriegen wir Sinn, oder? Die sind einfach zu lahm für so große Areale. Zu viele Verluste. Bleib doch bei der Kohle. So. 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 Also, warum liegt denn jetzt da die Kohle? Wird doch da abgebaut. Alter. Boah, weil dann jetzt die Orden kommen hier. Aber richtig sind wir, der. Nur am Ausweichen. Let's show you what we're made out. Not 50%. Not 50%. Wir haben die letzte Krähe. Jetzt müssen wir die noch da unten kriegen, Mann. Hey, guck mal. Ja, wie viele Angriffe. Ja, nice. Was soll das denn machen? Hier ist schon wieder zu. Hier kommt der Nächste. Alter. Hier haben wir schon wieder bohren. Hier kommt der Nächste. Ja, hier kommt der Nächste. Hier kommt ein paar Dinge. Nein, jetzt ist hier oben zu. Och komm, ey. Das ist doch zum Kotzen. Wir können runter. Warum das denn jetzt auf einmal? Uns fehlte gerade noch eine Kohle. Das Spiel hat einen Schlag weg, glaube ich. Kann ich hier noch was schickes hier hinbasteln? Überzeugt mich kein Turm. Aber ich würde noch so eine Lasereinheit hier hinpacken. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Mist. Geht nicht. 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 Bis zum nächsten Mal.